Von irgendwas wurde ich gestochen. Aufs Legomännchen? Ja, daneben, Alter. Das war ein Attentat. Auf Stadion? Ganz rot, da siehst du. Wer hat das Westfalenstadion gestochen? Das war bestimmt eine Schalkerzecke. Also eine blau-weiße Vespa? Oder eine rot-blaue. Gleich kommt hier was. Zeig mal. Hier siehst du, wie rot das ist? Wo? Ist das nicht Farbe? Nein! Warum soll man denn ein rotes Fundament ins Stadion machen? Ja, was? Bin ich ein Bayern-Spieler oder was hier? Da kommt gleich was, was ab. Du musst doch mal ruhig halten. Ich will das sehen. Da siehst du, da ist noch der... Da steckt der Stachel noch drin. Alter, was ist denn da los? Alter. Alter, ich sterbe gleich. Und das auf meinen Geburtstag. Verdammt. Du brauchst nur ein Datum auf den Grabstein schreiben. Boah, das wär mal geil von 0,2. Das ist mal geil. Ach, schieß mich. Das wär geil. Was ist denn? Was? Weißt du? Ich hab's doch gesagt, wenn ich ins Zimmer komme, wenn ich zur Aufsaugen bin. Oh. Mmh, guck mal. Schmoozy. Fühlt sich gut an.